Guten Tag, mein Name ist Tobias. Ich bin nach England gekommen vor zwei Jahren zur King's Day School in Bedford. Eigentlich war geplant, dass ich nur einen Term hier bleibe. Aber da es hier so gut geklappt hat, haben wir uns dann, bzw. wir und meine Eltern haben uns dann entschieden, dass ich doch für vier Jahre hier bleibe. Das heißt, die Klasse 10, 11, 12 und 13, 12 und 30 ist wie in Deutschland das Abitur. Und ja, was besonders gefallen hat, ist wie man hier aufgenommen wurde. Es ist gar kein Vergleich mit deutschen Schulen. Die Sprache lernt man innerhalb von Monaten schon zur Perfektion. Und sehr ausgeprägte Sport, also man hat sehr viele Möglichkeiten Sport zu machen. Und auch Sachen, die man sonst durchmachlich machen kann, wie zum Beispiel Surfen, auf dem Meer Kanu fahren, Segeln auf dem Meer. Und was mir besonders liegt im Moment, dieses Klettern und dieses Outdoor, dieses Draußensein, was ich auch denke, was ich in der Zukunft machen werde. Und ja, dafür denke ich, ist mein Weg hier sehr gut geebnet. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.